Zurzeit blickt alles auf die Fußballfrauen-WM, doch am 5. August dreht sich wieder alles um die Bundesliga. Mit Spannung erwarten die Fußballfans die 49. Saison. Heute stellte die DFL die Spielpläne vor. Zur Eröffnung empfängt der deutsche Meister Borussia Dortmund den Hamburger SV. Ob die junge Mannschaft von Jürgen Klopp die Leistung aus dem Vorjahr wiederholen kann und den Abgang von Mittelfeldstar Nuri Sahin verkraftet, wird der Herbst zeigen. Dann kommt am 14. Spieltag der Pokalsieger aus Gelsenkirchen. Eine Woche vorher warten die Bayern. Die starten im Traditionsduell gegen Mönchengladbach in die EM-Saison. Der deutsche Meister will mit Nationaltorwart Manuel Neuer und dem neuen Coach Job Heinkes die vergangene, titellose Saison vergessen machen. Am 7. Spieltag trifft Heinkes auf seine alte Mannschaft aus Leverkusen mit Trainer Robin Dutt. Das erste Derby der Saison findet im Bremer Weserstadion statt. Am 5. Spieltag muss der HSV gegen Werder Bremen antreten. Das, wie die Bayern die letzte Saison aus dem Gedächtnis streichen will. Wer dann am 5. Mai 2012 die Meisterschale in die Luft hält, man darf gespannt sein. Wer dann overthrow jeden Tag mit dem Gedächtnis streichen. Wer dann fica von hundreds zu�lair corromens? г